Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rundspiel-Video. Wir treffen uns hier für einen Banküberfall. Hallo Ghost-Tunder. Ah, alles klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Banküberfall. Das war mit dem Drago. Hallo. Weißt du? Ja, da. Ja, ich bin auch mit dabei. Ähm, was machen wir heute? Wir machen heute eine Baukauf. Ja. Ja. Hat mir schon noch voraus sehr oft geplant. Ähm, ja, ne. So gut wie möglich aber es auch schwer. Ich meine, weil wir sind ja schon manchmal ein paar Dusseln, ne? Ich denke, es gibt ungefähr 10.000 Tote, aber das ist alles Ghost-Fantarelle. Ja. Hallo. Hallo. Nein, sanft, wir müssen uns jetzt, jetzt müssen wir besprechen. Schaut euch diese schönen Luxus-Art-Besprechungen an. So sind wir. So bleiben wir. Und so hieß Geldarmee. Das ist unser Motto, Alter. Das ist unser Motto. Wir sind die Mülljunge. Ja. Die Mülljunge, Alter. Ganz ehrlich. Die Müllgang. Nice. So. Wir planen das so. Ich und Jan gehen einen Geldtransporter-Clown hier drüben und du kommst oder führst uns mit einem Motorrad. Also dein Motorrad. Und dann gehen wir zur Bank. Weil die Corona-Krise ist, ist jetzt momentan alles, sind alle arbeitslos. Wir können einfach die Bank spazieren, aber müssen schauen, dass wir dann schnell raus sind, sonst kommt die Polizei. Und das wäre natürlich dann ein Fail. Aber für den Fall, dass die Polizei kommt, ich habe einen guten Schlupfwinkel. Die U-Bahn-Station. Also die U-Bahn, die im Bau ist. Gehen wir einfach dort rein und gehen irgendwo raus. Spontan. Okay? Okay. Fluchttat ist halt einfach der Geldtransporter, weil wir müssen ja das Geld mitnehmen. Und einer muss halt immer wieder mit dem Motorrad fahren. Gut. Ja, ich fahre mit dem Motorrad, ihr Claude weiter, wa? Ja. Alles klar. Kann ich sagen, geben wir uns zum Tatort. Okay. Okay, die Bullen haben leider alle Arbeit verloren. Sie sind zu Hause. Oh, ich glaube, sie haben irgendwas geplant. Oh, scheiß, ich wollte überfahren. Oh. So. Ja, das ist wahrscheinlich ein Geldtransporter. Ja, es ist niemand hier. Oh, da ist ein Geldtransporter. Das war gut. Scheiße, ich habe zwei Sterne. Fuck. Schnell weg hier. Okay, ich habe ihn aber. Ähm, Ghost? Kannst du kurz Sterne wegmachen? Ja. Sterne wegmachen? Bist du jetzt auch wieder am besten? Ihr müsst da raus, sobald ihr raus habt, geh. Wir sind raus, wir sind raus. Also, ich gehe jetzt wieder an diesen Ort, wo wir uns getroffen haben. Nee, Sterne sind noch nicht weg. Wieso sind die weg? Ihr habt, ihr habt erwartet, ne? Ja, wir haben jetzt zwei Sterne. Ja, dann mach schnell irgendwas, dann mach schnell irgendwas. Mach jetzt da. Sterne sind weg, Sterne sind weg. Also, ich bin jetzt an diesem Ort, wo mein Motorrad steht. Jetzt kommst du, Jan, zu uns. Oh, du bist da. Aber Ghost, ähm, du musst uns führen. Kein Navi. So, gut. Ja, jetzt ist auch bremsen, wir haben eine schlechte Bremse. Ist das für den noch überwollt mit dem BRD-Sporter? Ja. Also, die Bremse ist leider sehr, sehr schlecht. Vielleicht ist der Geldtransport auch gefüllt. Mit Popcorn. Wahrscheinlich. Oh, das ist... So regnet es schon wieder. Aber das ist eigentlich ganz gut, das ist besser, weil dann brauchen die Cops nämlich schneller zum, weißt du? Ja, schneller zum Rutschen. Ja. Okay. Also immer auf Cops ballen, weil es wird wahrscheinlich schon sofort viel Polizeigewalt sein. Oh Gott. Das ist so nervig mit dem Bremsen. Hummer. Geld weg. Überall Hummer. Was ist denn los? Immer dieser Hummer. Ja, so. Ach, das schöne Bein wird Kuh werden. Gucken ob wir überhaupt in die Wüste kommen, ne? Ja, es ist eigentlich gut, dass momentan eine Epidemie ist, aber... Ah, Hummer. Immer dieser Hummer. Sie nerven immer. Wie die Hummer am Strand. Immer piken. Jetzt gibt mein Gast und überhol die Gegend Wasser. Das ist jetzt ja... Weg da. So... Die Klasse ist aber stark, die ist stark. Er kommt hoch, er kommt hoch. Sehr gut. Wollen wir neben Eingang? Komm wir neben Eingang, nicht der... Wie ist er hier? Ja, lass den Eingang hier links nehmen. So, schön auf von einem Stern. Den muss ich aber leider kurz umbringen hier. Verlassen sich. Es scheint, alles ist friedlich, die Leute haben zwar Angst, aber... Wo seid ihr? Einfach auf dem neben Eingang. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin drin. Okay, bin drin. Sehr gut. Ja, da gibt's leider nicht so viel Geld, nur digitales. Also... Geht eben... Geht aber eben oben durch, okay? Ja. Kommt ihr... Draußen steht mein Bike. Ja. Ich hol's eben. Es ist glaube ich hier irgendwo... Ja, ich hol's. Und ich bin falsch gegangen. Ja. Mach mal Tür auf. Ja, wer fährt denn? Wer fährt denn? Ich. Wer fährt denn? Ich komm leider nicht so gut rein. Ist egal. Aua! Ich bin vom Bike gefahren. Wahnsinn, sonst lass mich verloren. Ja, es ist gerade echt doof mit der Ego-Perspektive. Ja, das ist möglich. Ist er drin? Ne, die Tür ist zu schwer. Ich komm nicht rein. Ich muss da so vorne halt etwas machen. Also er ist jetzt drauf. Er ist jetzt. Also wer fährt jetzt? Er. Versuch mal die Tür aufzusch... Ja, okay, so geht's auch. Moin, ich bin drin. Jetzt müssen wir einfach das Motorrad wieder rausbringen. Oder ich geh jetzt rein. Digga, warum geht's nicht bei dir nicht auf Trossberg, Digga? Ja, er ist sofort weg gewesen. Ach komm. Ich spüle. Jetzt. Gut. Mach runter. Nein. Ich wusste, dass irgendwas schief läuft. Oder alles schief läuft. Jetzt sagt er sowas nicht, Alter. Sonst... Wir laufen... Das ist unser Beruf. Schief laufen. Scheiss geht hier, Alter. Das ist so komisch als mit der Eco-Perspektive. Ja, SICHI! Warum fliegen wir denn durch? Ja, SICHI! Was soll das denn jetzt, Digga? Hm. Okay. Ist er jetzt drin? Okay. Check out. Ja. So. Also, ich bewache hier mal... ...relativ gut. Ja, aber wie so. Nee, nee. Oder er geht... Nee, du musst reingehen, ich bewache hier. Kriegt ihr es auf? Nein. Mach's nicht falsch. Ja. Und wo ist unser... Laser? Okay. Zack! Easy auf. Okay, holt ihr euch schnell das Geld. Oh, die sind keine... Soll ich hier auch überall rausnehmen? Ich glaub, die Kofs kommen, Alter. Ja, sollen wir viel mitnehmen? Nein. Ich komm wieder raus. Okay, ich komm wieder raus. Oh, Leute, die Kofs kommen. Die Säcke sind schwer. Oh. Verdammt, Schwende. Ich mach die Tür wieder zu. Geh weg. Los, 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 los. Raus, 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 raus. Nee, ich muss fahren, ich muss fahren. Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da. Raus, 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 raus. Die Kofs kommen, die Kofs kommen, die Kofs kommen. Oh. Okay, geh dir mal raus. Nee, steck ab. Oh man, ich hab drei Sterne. Fuck. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Ja. Okay, go, 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 go. Ich fahr mal hier mal draußen. Das ist wirklich... Ja, die Tani ist alles cool, oder ne? Die Kofs kommen rein, die Kofs kommen rein, oder? Oh mein Gott, Digga, draußen ist so viel los. Okay, die Kofs sind weg. Wo habt ihr hier den Scheiß rein? Wo habt ihr das geparkt, Digga? Einfach hier vorne, also gerade von. Okay, ich hab's. Oh, ich hab die Kofs gar nicht reingekommen sehen, weil ich hab keine Sterne mehr. Warum nicht, Negga, ne? Du bist ein Michelin-Stern. Okay. Okay. Jetzt hab ich wieder drei Sterne. Nice! Er war auch durch die Treppe gefallen. Du? Und mein Bike ist weg. Nice. Wo ist mein Bike? Mein Bike ist weg. Da, hinter die Hände! Noch einer. Egal, die Kofs kommen hier aber übelst schnell rein. Ja. Ah, ah! Hin! Geh durch, 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 durch! Ich bewache hier, geh durch, geh durch! Oh, weiß ich nicht. Ey, oh! Naja, TK, was lässt du denn auch rein? Hier geht doch hinter durch, geh lang, geh lang! Ich geh hinter die Bank. Damit ich überlebe. Damit das... Ah, hier ist er! Okay. Gleich mal kurz. Komm, 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 komm! Komm, schnell, schnell! Schnell, weg, 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 weg! Jetzt? Warte, 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 Digga! Decker, lass mich nicht zurück, Junge! Scheiße! Hehehe Fuck! Wo bist du? Hier vorne! Scheisse, ich hab kein Auto! Geh rein! Schau mal kurz! Wir müssen unbedingt hier durch! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Mann, die schiessen! Schiess doch mehr! Los, los, los! Schnell, schnell! Ich weiss wo! Nein, Achtung! Mein Bein! Mein drittes Bein links! Wahrscheinlich! Okay, Tino, drittes Bein links! Ah! Sheet! Boah! Diese Konzentration! Aua! 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 Jetzt mach ab, die Milchselle! Was los! Ich hab das! Äh, ich muss hier runter! Schnell! Aua! Boah! Alle Bullen weg, die dürfen nicht sehen, dass wir hier reingehen! Fahr rechts in den Kanal rein! Ja, ja! Aber sie dürfen uns nicht beobachten, wie wir hier reingehen! Boah! Sie hat sich gesehen, sie hat sich gesehen! Ja, aber... Sie sollten uns nicht folgen, weil wir gehen gleich wieder raus! Nein, die kommen hier nicht! Ah! Meine Hand! Ja, trotzdem! Au! Das Ding ist ja die Cops, ne? Die kriegen wir nicht weg! Doch! Ich weiß, wie sie immer was mehr gemacht haben! Ja, aber sie haben jetzt aber auch einen Schirm! Wir kriegen sie nicht mehr weg! Ja, wir gehen einfach raus! Die suchen uns hier drinnen dann, und wir sind draußen! Ich habe keine Cops mehr! So gut! Ich habe auch keine mehr durch! Ah, es stinkt hier unten! Besteht ihr? Ah! Es stinkt nach Drogen! Ja, easy! Nach Düngedrogen! Sehr gut! Jetzt kommen wir eigentlich gleich wieder raus! Wir müssen leider hier ein bisschen holprig hoch, aber... Wir müssen gleich wieder brausen! Oh nein! Hier sind noch Banden! Mist! Ein Gangangriff! Aber gut, wir haben das überlebt! Also wir haben uns nicht mal rechtzeitig gesehen! Okay! Sehr gut! So, dann sind wir gleich draußen! Und ich habe wieder fünf Sterne! Ich habe fünf Sterne! Ey, das kann ja jetzt nicht wahr sein! Wir kommen ja nicht durch! 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 Wenn wir es beim schießen! Äh, ja! Vor allem rechts, ne? Ja! Und jetzt? Nein, verrechts! Verrechts! Warte! Wir passen nicht! Wie soll ich? Also wir müssen zurück! Wir müssen jetzt! Nein, wir müssen zurück! Fahr links! Fahr links! Es geht links! Okay, ich sehe es nämlich! Da rechts durch den kleinen Tunnel! Lass mich fahren! Oder so! Nee, es geht! Ja! Komm! Es geht! Es geht immer noch! Verkratzer! Das geht! Ja! Nee, das ist sowieso so gut geschützt! Versteht ihr? Was alle Leute nicht das aufbauen können! Wenn jetzt zukommt! Wir sind so gearscht! Unser Leben ist vorbei! Nee! Wenn jetzt die Bullen da sind, dann rahme ich sie einfach! Ey, hallo! Nein, okay! Nicht fünf Jahre alt! Wir sind in der Freiheit! Wir sind in der Freiheit! Digga, wir haben 1,3 Milliarden im Knast! Digga, äh... Nass! Ja, im Knast! Ja, im Knast! Ja, im Knast! Ja, im Knast! Das ist klar, Digga! Im Knast! Ah! Mist! Oh! Automatisch aussteigen, alle tot! Bein- und Kniebruch! Wie sag mal? Wahrscheinlich! Bein- und Armbruch! Äh... Bein- und Schwengelbruch! So! Links in den Kanal! Ja! Oh, Digga, was war das denn halt? Ja, da waren doch die Bullen, das ist Polz, zei der mir! Ja, da waren doch! Okay. Dafür gibt es ein Achievement! Ey, da! Das war der schlechteste Fall! Also bitte! Digga, jetzt muss ich einmal in die Wüste, Digga! In die Wüste? In die Wüste, Digga! Kommen wir gehen zum Zug! Wir fahren uns auf das Zug! das ganze Geld, lass das ganze Geld mitnehmen, Alter. Okay, wir kommen nicht weiter, ein bisschen aussteigen, oder? Nein, 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 nein. Da ist ja wieder da. Nein, nein, nein. Jetzt den Helikopter abknallen. Wir werden beschossen. Ja, toll, hier ist es auch zu dir. Ja, wir sind gefangen. Immer. Nein, wir sind nicht. Wir befangen uns nicht, dafür entkommen auch nicht. Was hast du uns für Fahndungslevel gegeben, was nie wieder weg geht? Boah, alles wird zerstört. Ah ja, die Ampel muss noch zerstört werden. Sehr gut. So eine Eisenbahnampel ist immer so schön am Boden. So, lass alle auf den Zug, lass mal auf den Zug. Ja, alles Geld auf den Zug werfen, in den Zaun knallen. Nein, wir steigen alle auf den Zug. Gerade flüchten wir mit dem Zug. Ja, und wie sollen wir das Geld mitnehmen? Nur mit Sekten. Ja. Warte, ich schmeiß alle rüber. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Guck mal, ist alles drüben. Hallo. Hallo. Jetzt müssen wir auf jeden nochmal einen holen. Wir müssen auf den Zug kommen. Der Weg nach El Dorado. Boah, ist der schnell. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, die Schienen sind noch ein bisschen an. Wir müssen auf den vorletzten Waggon kommen. Auf den Flachbettwaggon da. Ja, aber ich muss ja auch noch ein bisschen Zeit haben. Vorsicht. Nein, nicht jetzt. Mach weiter. Ja, okay, warte, jetzt. Mist, die Bullen sind schon da. Ne, will ich nicht. Bitte mehr schiess. Wir haben weit verloren, wir haben weit verloren. Scheisse. Ich bin hinten drauf, ich bin hinten drauf. Jetzt. Stopp, stopp, stopp. Ich schiess kurz auf den Helikopter. Raus, 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 raus. Ich bin drauf. Ich bin drunter. Ich bin drunter. Ich bin drunter. Du bist drunter. Wahrscheinlich bist du drunter. Ich bin nochmal drunter. Ich konnte nicht weg. Ich habe die ganze Zeit nach links gedrückt. Der ist nicht auf dem Zug. Der ist nicht auf dem Zug. Okay. Ich habe Pferden gewonnen, wollen nicht mehr mit mir etwas zu tun haben. Tschüss. Aber bring mir auch ein bisschen Geld mit Flaschenposter vorbei. Ach, scheisse. Ohne Drago, Digga, ist das Leben nicht immer so schön, Digga. Ja, das stimmt. Das ist wieder typisch. Ja, irgendwas läuft immer schieben, weil die Steuerung nicht so gut ist. Aber gut, aber ich hole meine Partie zurück. Digga, ich bin drunter. Digga, ich bin drunter. Digga, ich bin drunter. Ist das mein Geisteszustand immer wieder dunkel? Nein, ich hab mir doch was. Ahhhh. Wie bleiben sie, Digga? Also wer will Leichen, Leiche spielen? Ich habe ein Leichen, machen jetzt bestimmt. So geht's aus? ich bin der bestatter das ist eine gute serie immer wieder im täter bei der Karte bei mir geht aber ich kann nicht mehr zielen der ist durch wir mal wo ihr seid da vorne man es nennt aber geht ja ist einfach cool es läuft so viel schief richtig geiles geht ja wir haben in einem anderen game würde vielleicht gar nichts schief laufen aber ich bin der autobahn bestattet alle autos auf der autobahn nicht ein ich dachte alle ich muss die blut weg schießen ich hab noch ein paar schüsse digger explosivsniper digger einfach die ganze muni verbraucht da kommen noch mehr der ist weg oh die bus hippie bus ich hätte jetzt abzuknallen fast schon wie süß der romero langsamer zu pass auf noch nicht einer teleport to last play der eine ja ich folge einfach der schiene ja wir sind aber links aber fahr links aber wir sind links ach der fährt geradeaus da weiter rechts der fährt weit rechts geradeaus weiter hui ich bin beim windpark anfangen ja egal ob es wenn du dich auf die entfernung überkriegst easy ok ok ich bin beim windpark schön gemütlich also ich höre fast nichts vom der zeit entsatz recht gemütlich recht gemütlich aber da drüben ist ja das gefängnis gell also falls ihr euch umentscheidet und mir das geld überlässt ich kann euch gerne besuchen kommen ich hab dann gemütlich ich hab dann gemütlich ich hab dann gemütlich ist ok aber ich hab keinen he könnte den bohlen ein bisschen helfen aber das wäre ein bisschen schade mach ich äh du hast doch da Sterne äh Krakow super top doch ja dann hältst du da Sterne die machen die bohlen nichts die fangen euch nach also jetzt hab ich keine Sterne mehr ich hab keine ich seh's eben nicht dabei und ich hab wieder ein Sterne ein Sterne ich hab ich hab ich hab ein Versteck Leute ja ich spring jetzt runter Leute und ich hab jetzt hier rechts hab ich hab ich eine alte Garage da hab ich wir nehmen den Leichenwagen ich hab hier immer einen alten Wagen gehabt springt auch runter ich sammle euch ein äh äh bin schon runter ah hat eine Leiche über Mercedes geholt Perfekt Mercedes ist doch ein Mercedes du Dödel das ist ein Leiche ein Romero oder Romero scheiß egal wie sie aussehen wenns ich hab doch ein du Dödel du musst hinten du bist die Leiche ja was das geht nicht fahr mal ein bisschen vor irgendwas geht nicht man muss dieses Kaiser steigen aber ich hatte aber aber eigentlich hatte ich immer noch ein anderes äh ich hatte die fast noch etwas also ich hatte hier einen ehemaligen Helikopter genau das war's dann äh warte da nimm den Homo kacke ich hab 5 Sterne hier ja hast du Hosentasche natürlich ha ich hab ne MWG jetzt wird abgefuckt ey jetzt gehts los alter jetzt jetzt kommt ihr wohlen alter mit Danksagen alles kommt ein Gespräch bereit ey sollen wir uns hier bei der beim Schroplass verstecken jaa komm wir gehen ein bisschen weiter weg auf die Insel da vorne insel? ja die einsame Insel ok da wo das Höschen drauf ist vielleicht hier hier rechts hier hier rechts ah ja genau hey das ist das perfekte Gebiet klar Achtung und sehen uns ja schon schluss so super äh wollte achso wir sind vorangekommen ich dachte gerade ob wir ihn verscharten wollten das ist die Alien Insel also das ist ne Insel weil Wüste drumherum ist Leute ich glaub wir haben die Bolten abgehängt oder? ich denke schon ah kennt ihr noch das? kennt ihr aus das war doch das Spielzeug das unsere Kinder ja schatze das Spielzeuger nicht aus nicht aus nicht aus ich fühl mich ich fühl mich gerade ein bisschen wie ein Call of Duty Digga ok jetzt noch ein Deathmatch machen alles klar ne 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 komm wir komm wir posieren uns hier oben und teilen das Geld gerecht auf ja ich was kommt mir jetzt davon schönes? keine Ahnung geile Waffen und Munition würd ich sagen erkennt ihr meinen Dötel? da meinen Dötel ey ach Mist nichts funktioniert in diesem Spiel du bist in mich rein ok wir haben's getan wir teilen ja teilen ja teilen wir mehr Geld ja du musst nicht nicht reinlaufen wenn ich schieße pass auf weg wir müssen weg oh mein Gott hier schießt jemand ein Zombie ey das ist das safety irre ooooh man ich wurde erwischt ooooh ja hilf mir knall ihn ab wo ist er? da wo? ahhhh da das da nicht das dort drüben das da ich hab mir recht Drago warte ich bin jetzt nicht wieder ooooh wo bin ich? ahhh ganz weit weg ich bin unten beim Helikopter wo ist der? wo ist der? da hinten unten am Platz ich wusste wir haben einen getrüger ich wusste wir haben einen getrüger Digga du hast Good Maud du hast Good Maud du hast Good Maud jaaaa geil Digga du hast Good Maud nein ich gar nicht ein getrüger ja laber 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 ah das Geld ist bei mir ich hau ab nein das Geld ist jetzt scheiße bin hingeflogen schau äh muss los wo ist denn jetzt das Geld? weißt du trage mich auf trage mich mit nehm ich mit Drago nein Mist jetzt muss ich wieder teilen komm jetzt rein ha 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 komm jetzt vorwärts hebe ab hebe ab der 31er kommt pfff das war so ein Fettsack ne ok hack ihn weg ok jetzt hacke ich ihn weg Digga Alter wirst du dich gerade hier verarschen? Digga ich bin halt gerade wir haben zusammen das Geld geklutscht zum Glück habe ich Ghost er ist der beste Hacker auf der Erde er hat jetzt pass auf auf dem Mond guck 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 jetzt kommt er nicht mehr jetzt können wir ihn mobben ohne Ende oh er schiesst auf mich Achtung hier links 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 oben oben nein ja nein Aua die Pfeife steckt sich wir müssen hin ich habe eine richtig geile Idee ich mache ein Lockvogel boah ey mega synchron ich schieße immer auf dich und du wirst nicht getroffen boah diese Blutspitze und du bist immer noch nicht tot jetzt ha alter wenn pfff 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 kurz Ruhe mach die Boden mit ey Digga was soll das dass du mir meine Waffen closed gar nicht natürlich ja okay wir müssen aber leider jetzt langsam uns zurückziehen viele Polen kommen deshalb Dankeschön fürs Zusehen genau Dankeschön fürs Zusehen lasst ein Like da Abo da wie immer bei jedem Ende des Videos ja haut rein und tschau tschüss auch dass des das 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 Vielen Dank.